English Haber, 5 Jahre Rum. Das ist er. Ist das der richtige Rum für Dich? Das verrate ich Dir in den nächsten 60 Sekunden. Ich bin der Rum-Schnacker vergretlich. Und ob der English Haber zu Dir passt, erfährst Du jetzt. Wir haben hier einen trockenen Rum mit 700ml und 40% abgefüllt aus Antiguar. Und dieser Rum ist wirklich für jeden Whisky-Trinker geeignet. Er bietet Pur-Qualitäten für einen sehr soliden Preis. Und der Einsteiger ist überfordert, weil er keine Süße hat. Der Fortgeschrittene vielleicht zu wenig Spielraum. Aber dazwischen, genau für den ist dieser Rum geeignet, weil er alles mitliefert für eben den puren Drink. In einem Long-Drink ist er verschwendet. Viel Vergnügen, lass ein Like da. Werbung. Dann auseinander. Untertitelung des ZDF, 2020